Mein Name ist Julian Dolderer. Ich studiere bei der Firma Käsbauer Dual Maschinenbau mit Fachrichtung Fahrzeug- und Systemengineering. Das duale Studium bei Käsbauer läuft im Wechsel mit der DHBW in Friedrichshafen ab. Dabei ist man immer im Wechsel von drei Monate im Betrieb und die anderen drei Monate in der Hochschule. Und in der Praxisphasen im Betrieb kann man die verschiedenen Abteilungen kennenlernen, man kann verschiedene Projektarbeiten mit verschiedenen Teammitgliedern machen und in der Theoriephase ist man hauptsächlich bei den Vorlesungen und schreibt in den letzten anderthalb Wochen seine Prüfungen. An meinem Beruf gefällt mir, dass ich etwas Neues erschaffen kann. Ich kann etwas neu konstruieren und wenn man das dann an einen Teil, an eine Maschine anbringen kann und das funktioniert, dann ist man sehr glücklich. Bei Käsbauer gefallen mir vor allem die Maschinen. Mich hat schon immer große Maschinen beeindruckt. Außerdem bin ich leidenschaftlicher Skifahrer, habe daher schon sehr früh Kontakt mit Pistonbullys gehabt und es war schon immer mein Traum an einem Pistonbully mit zu konstruieren, mit zu arbeiten. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.